Diesen Lampenfuß habe ich für 10 Euro auf dem Trödelmarkt geschossen. Jetzt fehlt nur noch ein passender Schirm. Der hier passt zwar von der Form her, aber der Stoff gefällt mir nicht. Deshalb werde ich den Schirm einfach neu beziehen, und zwar mit diesem wunderschönen Dekostoff hier. Und da ich hier Stoff auf Stoff klebe, eignet sich Sprühkleber dafür bestens. Über die Schnittkanten klebe ich mit Heißkleber ein Baumwollband und zusätzlich noch eine goldene Borte.